Schön, dass ihr wieder reinschaut bei smartwatch.de. Wir werfen heute einen ersten Blick auf die Fossil Q-Nate. Das ist eine Uhr, die gibt es bei uns für 200 Euro, ist ausschließlich für Herren gedacht, bietet ein schickes Military Design und natürlich noch viel mehr Funktionen. Ich würde sagen, packen wir die Uhr aus und werfen einen ersten Blick dann auf die eigentliche Uhr. Wie von Fossil bekannt, ist die Q-Nate in einer sehr schlichten, aber hübschen Verpackung eingepackt. Das Ganze ist in Weißkallen, das ist eine sehr massive Kartonage, dass die Uhr natürlich bei euch zu Hause auch ohne Schäden ankommt. Auf der Front natürlich ein Bild unserer neu erworbenen Uhr. Es gibt hier zwei Farbvarianten, einmal diese schwarze hier und dann noch auch eine silberne. Beim Armband, wie man hier sehr schön erkennen kann, braun natürlich hier mit dabei, aber auch schwarz und silber. Da kann sich also jeder dann genau die Farbe für sich selbst raussuchen. Wie von Fossil dann auch bekannt, gibt es auf der Verpackung hier ein paar Symbole, automatische Zeitzonen, es gibt Benachrichtigungen. Ihr habt natürlich auch ein paar grundlegende Fitnessfunktionen. Hier natürlich nochmal der Fossil Q-Schriftzug. Und auch hier drüben natürlich, ihr habt hier eine lange Batterielebensdauer, einen Wecker und auch eine sehr gute Konnektivität. Auf der Rückseite gibt es dann natürlich wieder Infos. Es gibt eine App zu der Uhr, die könnt ihr für Android- und iOS-Geräte benutzen. Connected wird das Ganze mit der energiesparenden Bluetooth 4.1-Verbindung. Aber ich würde sagen, genug der Worte, packen wir das gute Stück einfach mal aus. Um die Fossil Q-Nate auszupacken, muss man einfach nur die Kartonage nach oben abziehen. Das geht am besten mit etwas leichter Krafteinwirkung. Dann darin enthalten natürlich die eigentliche Uhr, sicher gelagert in so einer Kunststoffpolsterung. Die schauen wir uns gleich genau an. Ebenfalls wie vorher Fossil bekannt, gibt es hier ein dickes Handbuch dazu, sowie ein kleiner Garantieguide. Immer wieder ein Blick wert, wenn man noch nie eine Smartwatch hatte. Und im unteren Bereich hier gibt es natürlich wieder ein sehr hübsches Werkzeug. Die Uhr selbst setzt auf eine Knopfbatterie, die soll bis zu sechs Monate halten. Das ist natürlich abhängig, wie intensiv die Uhr von euch benutzt wird. Wenn ihr die Batterie dennoch mal wechseln möchtet, dann gibt es hier natürlich von Fossil mit ihrer Q-Serie das passende Werkzeug dazu. Das Ganze wieder in Q-Form ausgestandet, wirklich sehr hübsch das Ganze und passt einfach auch zum Stil der eigentlichen Uhr. Ist die Fossil Q-Nate dann von ihrer Umverpackung befreit, wird eigentlich ziemlich schnell ersichtlich, warum es sich hier um eine Uhr für Männer handelt. Wir haben zum einen natürlich hier ein großes Display, auch das gesamte Gehäuse ist sehr massiv gehalten. Das sieht man auch, wenn man sich das gute Stück von der Seite betrachtet. Das Gehäuse ist Edelstahl gefährdigt, in unserer Ausführung hier das Ganze natürlich schwarz und gebürstet. Das sorgt natürlich für eine sehr tolle und schicke Optik. Es ist eine Military Lock Uhr, das heißt, die soll natürlich auch ein bisschen männlicher aussehen, kann man einfach mal frech dazu sagen. Das tut sie auch, auch sehr schön ersichtlich ist das an den breiteren Armbändern und auch an der Dicke des Armbandes. In unserem Fall ist das jetzt hier braunes Leder. Alles in allem ein sehr stimmiges und vor allen Dingen sehr tolles Gesamtbild. Das Ganze ist auch sehr hochwertig verarbeitet und macht auch einfach Spaß, sich mit der Uhr daher zu beschäftigen. Neben den eigentlichen Benachrichtigungen ist natürlich auch noch sehr interessant ein Feature. Ihr könnt euch hier auch Fitnessziele einspeichern. Dazu gehört zum Beispiel, ihr wollt heute 10.000 Schritte tätigen. Auch das könnt ihr euch dann über Vibrationen oder Zeigerbewegungen anzeigen lassen. Die Uhr selbst wird von Fossil dann als Hybrid-Smartwatch beworben. Warum ist Hybrid-Smartwatch nun ganz einfach? Man möchte hier ein schlichtes und dezentes Design, sieht man hier sehr schön am analogen Ziffernblatt und auch an der sonstigen Optik der Uhr, mit modernen technischen Features verbinden. Die Uhr hat also den Look einer Analoguhr, bietet aber dennoch natürlich, wie auch gerade schon einige angesprochen, sehr viele technische Spielereien, die einfach den Alltag versüßen oder auch vereinfachen können. Das Coole an der Uhr, das sind jetzt aber natürlich nicht nur die verschiedenen Funktionen, wie zum Beispiel die Benachrichtigungen, sondern auch mit dem kleinen Zeiger, hier ist es euch auch machbar, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr in eine andere Zeitzone reist, diese euch anzeigen lassen könnt, was jetzt natürlich die Uhrzeit anbelangt. Das ist auch sehr interessant, wie ich finde. Des Weiteren gibt es natürlich auch noch normale Fitnessfunktionen. Und das heißt, ihr habt hier einen Schrittzähler, ihr könnt den Kalorienverbrauch euch anzeigen lassen. Natürlich ist auch ein Schlaftracking mit dabei. Das sind alles Funktionen, die sind sehr interessant, besonders wenn man einfach ein bisschen seine sportliche Leistung überwachen will oder auch einfach nur einfach mal Daten haben möchte. Wie viele Schritte bin ich gegangen, wie gut oder schlecht habe ich geschlafen, was stimmt vielleicht in meinem Schlafrhythmus nicht. Das ist vor allen Dingen sehr interessant. Wenn man dann die Fossil Q-Nate am Handgelenk angebracht hat, da wird sofort natürlich das schwere Gewicht, fühlt man wirklich, ist aber überhaupt kein Problem, denn das unterstreicht einfach nochmal das hübsche Design der Uhr, als auch das massive Design, wirklich klasse. Und vor allen Dingen am Handgelenk ist die Uhr ein wirklicher Hingucker, liegt nicht nur einfach am eigentlichen Uhrenkorbus, sondern auch noch am sehr hübschen und breiten Lederarmband. Das ist wirklich alles ganz hochwertig verarbeitet und fühlt sich auch sehr gut am Handgelenk an. Interessant ist auch, die Uhr bietet neben einer tollen Optik und vielen technischen Features auch noch ein paar kleine Spielereien. Die sehr nett sind, zum einen, ihr könnt die Uhr als Fernauslöser für eure Smartphone-Kamera benutzen. Wer macht nicht gerne mal ein Selfie, wenn er unterwegs ist? Ihr könnt auch euer Smartphone damit finden. Jeder kennt es, ab und zu verlegt man das Teil mal und es ist immer meistens schwierig, ohne irgendein Signal das Smartphone zu finden. Auch ist es machbar, dass ihr Musik damit steuert. Für die einfache Steuerung gibt es hier drei Tasten wieder. Auch diese sind sehr gut erreichbar, wenn es am Handgelenk angelegt ist, die Uhr. Ich würde sagen, das wäre es soweit mal mit unserem kleinen Blick auf die Fossil Q-Nate. Wenn ihr mehr über diese Uhr erfahren möchtet oder allgemein über Smartwatches, dann schaut auf smartwatch.de vorbei. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.